Man wird sich fragen, warum stehe ich jetzt unter diesem Tor? Ja, das sind die Tore der Menschenrechte und heute waren die Tore des Sports gefallen. Mehr Mensch unterwegs mit dem Film bei galakom.tv und der ein oder andere Manager sollte eigentlich lernen, dass es im Sport um Fairplay geht und Charity hat dort scheinbar keinen Platz. Derzeit sehr bekannt, ein Pressechef. Derzeit sehr bekannt, was ich nicht mehr.